ein herzliches hallo und damit willkommen zurück hier bei planetcrafter liebe freunde es ist eine zeit her seit ich aufgenommen habe ich hab's mitbekommen die letzten zwei folgen waren quasi eine vorproduktion vorher aus dem urlaub wieder gekommen bin jetzt tatsache bin ich aus dem urlaub wieder da und macht quasi seit ich glaube gut drei oder dreieinhalb wochen die erste aufnahme planetcrafter ich habe schon ein bisschen umgeguckt um nicht ganz raus zu sein und habe mir natürlich auch so ein bisschen das video von letztem mal angeguckt und ich glaube wir haben noch eine heizung t4 zu bauen an der stelle wir gucken noch mal im stelle raus für euch hat sie nicht viel gerne aber ich muss mir das ja jetzt noch mal angucken jawoll ist grünt das moos ist da wir hatten genau richtig an den bohrer gebaut die algen die arbeiten ich glaube unsere unsere sachen hier da kommen wir in kurz rein ja okay alles noch nicht so magnesium ist voll okay super legierung und den silizium ja geht aluminium stimmt aluminium bohr hatten wir auch noch gebaut die dirium ist okay uran haben wir erst mal genug schwefel ja osmium okay das wäre erst mal alles jetzt geht es in die vollen wir gucken mal nach dem nach der tv heizung um einmal kurz rein was wir dafür brauchen wir brauchen natürlich super legierung in dem schwarzen pulver ich hätte gerne zwei gebaut jetzt gucken wir erst mal einen die rumstab ich gesehen ich glaube wir können noch einen zweiten herstellen und drei super legierung haben wir auch noch lasst uns noch einmal kurz gucken da einer ist da und neun brauchen wir eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun um noch einen stab herzustellen siebisabi sowieso ich glaube das war hier um die ecke ne hier ja können wir auf jeden fall hier machen machen wir auch dann haben wir die zwei stäbe zusammen jetzt gucken wir schnell nach schwarzen war da kann ich eigentlich auch muss ich das oben machen war das hier verdammt ich weiß es nicht mehr dünger algen algen sind voll dünger ist hier war schwarz pulver auch hier gucken jawohl zweimal schwebel einmal indirium wir können da wahrscheinlich erst mal nur einmal wir haben nicht so viel indirium also machen wir auch erst mal ein das heißt nur zwei schwefel 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 zweimal und iridium einmal dann können wir das schwarz pulver herstellen und dann wenn wir uns die heizung erst mal gönnen ich bin gespannt ob die hier reinpasst aber wir haben ja extra noch mal angebaut den großen raum für die ganze heiz anlage sozusagen und jetzt war noch mal super legion wir haben doch den zweiten start noch so jung das natürlich unkoordiniert wie blöd hier die beiden und wir haben gesagt wir brauchen noch drei super legion und super legion 1 2 3 haben wir auch noch und damit können wir als eine erstes schon mal diese heizung hin knattern wenn sie denn hier ein passt und ja wie man sieht ist das etwas wir nicht installieren können wir können es allerhöchstens ja draußen installieren jetzt ist natürlich die frage wo bauen wir diese ganzen klopper hin macht das sinn macht das sind jetzt hier hinzusetzen oder macht das sinn diese fette heizung ich gehe noch mal eben kurz weg wir müssen einen guten platz finden das sieht natürlich noch nicht so schön aus da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten aber wo können wir diese fette heizung hinsetzen wo sieht es auch gut aus das will ich ja auch es soll ja auch ein bisschen ästhetisch aussehen macht es sinn das hier aufzubauen eigentlich nicht mehr hier sind die algen hier sind die algen ja leute ich würde einfach mal sagen wir bauen das hierhin wir wollen uns genau hierhin es hilft ja nix und wenn wir das mal im vergleich sehen jetzt habe ich natürlich die energie nicht gecheckt aber ich glaube es müsste reichen über das dreifache der energie bekommen wir vor nicht das zehnfache das 20 knapp das 20 fache an wärmezufuhr und luftdruck ist natürlich da wo man nicht bringen 0,6 und 3 35,5 wir klatschen das ding hier hin zack und natürlich reicht die energie nicht oh mein gott hätte aber vielleicht vorher mal gucken sollen das macht keinen sinn so macht es keinen sinn ja schauen wir doch mal schauen wir mal schnell rein wie viel energie fehlt uns denn so schauen wir mal nicht genug energie okay wir haben okay wir brauchen alter schwede alter schwede ich glaube wir müssen einen weiteren kernreaktor bauen wie 1 t2 mehr haben wir momentan nicht das kriegen wir hin und zwar wissen wir ja bereits das ja schwefel zweimal brauchen wir brauchen rhythm eimer für das schwarzpulver dann brauchen wir drei uranbremsstehen 1 2 3 haben wir wir brauchen dreimal wasser und wir brauchen eine superligierung wenn ich das richtig gesehen habe jawohl so superligierung jetzt jedes mal eine superligierung wo bist du da und dreimal wasser ist glaube ich auch kein thema gerade hoch einmal wasser war unten ich bin ich bin echt gut hier war wasser also erstmal trinken wir was 1 2 3 dann essen wir noch mal was dann hätten wir das und ich glaube wir mussten jetzt noch mal eben schwarzpulver herstellen das machen wir natürlich zack jetzt haben wir schwarzpulver und dann können wir uns noch einen weiteren kernreaktor bauen ja habe ich natürlich nicht drauf geachtet ähm ich dachte wir haben schon zwei ne das ist ja übel das ist ja richtig übel kriegen wir da noch einen hin oh what oh what okay hier kriegen wir noch einen hin ähm ja so ähm überlegung wieviel von den oh das sind 19,5 kW wieviel haben wir davon äh wir können ja in die liste gucken lass uns das nochmal eben tun erstmal gucken wir jetzt ob was es da gebracht hat hier äh und zwar Wärme yo das steigt jetzt mal richtig nach vorne das bringt sich hier natürlich dann auch nochmal richtig sehr cool ähm wir wollten ich wollte nochmal kurz gucken wir haben das ja gemacht was war mit der Biomasse wir haben 9,5 Tonnen Pflanzen bei 80 Tonnen Pflanzen bekommen wir den Bienenstock freigeschaltet und das wiederum gibt ja wieder Insekten und das wiederum Insekten gibt dann ihr wisst ihr staffelt sich alles auf und das ist so glaube ich der richtige Weg den wir jetzt nochmal machen ähm so ein bisschen nochmal alles aufzubauen wir haben die Wärme gemacht ähm wie machen wir Pflanzen die Pflanzen mal Nährzüchter äh ist das okay Baumsamenstreuer bei 45 Tonnen Biomasse Pflanzen von mir eigentlich eine Pflanzrakete nochmal nach oben ballern 350 bringt der Algen Generator aber 23 auf die Pflanzen 23 auf die Pflanzen Algen Generator wäre vielleicht auch noch was also wir behalten das mal im Auge jetzt gucken wir nochmal die Energie wir haben einen Überschuss von 298 Kilowatt die Stunde das ist gut jetzt will ich folgendes nochmal in Angriff nehmen und zwar haben wir ja Bohrer äh äh Erzextraktoren wo haben wir sie wo haben wir sie einen haben wir unten gebaut genau hier dafür brauchen wir einen Iridiumstab äh Osmium Superlilium Aluminium und Titan wir haben aber keinen Iridiumstab mehr ich habe folgendes vor und zwar möchte ich ganz gerne in dieser Iridiumhöhle so ein äh so ein Erzbohrer aufstellen ja aus dem Grund dass ich mir erhoffe ja wir können leider kein kein Iridium da holen ähm in der Hoffnung dass wir da Iridium extrahieren das ist das eine das ist jetzt mal die Überlegung ähm ich will noch mal kurz gucken was unser Extraktor hier ja na guck mal hier kommt ja auch einiges raus äh damit hätten wir aber das das Grundprinzip abgedeckt das hätte ich hier den Lillig lassen ähm möchte aber gerne einen da drüben in der Höhle aufstellen um äh die Iridium generell die Iridiumproduktion quasi mal anzukommen wenn denn da was rauskommt wer weiß wir können das Ding auch wieder abbauen das beinhaltet ja jetzt nach folgendes Problem dass wir kein Iridium haben und ich weiß nicht ob wir in der Höhle noch was finden ich gehe nochmal ich glaube das Einfachste wir suchen jetzt nochmal danach wir suchen in der Höhle nochmal danach ich packe mir noch ein wenig Proviant ein äh Wasser Sauerstoff haben wir und Nahrung haben wir also ja theoretisch haben wir alles das heißt wir gehen dann nochmal rüber ähm gucken nochmal farm nochmal nach Iridium ähm weil wir das nochmal wofür brauchen oh Gott ich hab's vergessen genau für den Iridiumstab äh neun Stück an der Zahl wäre natürlich toll und es wird immer moosiger und grüner Leute wir nähern uns großen Schrittes der Berg der ist auch schon der ist auch schon grün nicht gut sehr gut so schauen wir mal ob wir überhaupt noch ein bisschen Iridium haben oder ob das hier alles abgefarmt ist ich vermute schon ich glaube wir werden da nicht allzu viel reißen das ist Eisen das wollen wir nicht da ist noch ein bisschen Iridium da oben auch noch da hinten auch noch so ich hoffe einfach dass wenn wir hier einen ich hoffe wir können überhaupt einen Extraktor aufstellen ähm dass wenn wir hier einen Extraktor aufstellen so einmal kurz die Luft holen da ist auch noch was oh äh genau hier war auch noch ein bisschen was drin aber nichts was jetzt ähm wirklich weltbewegend ist ich will noch ein bisschen weiter farmen hinten noch mal ein bisschen rumgucken da ist zum Beispiel noch Iridium naja hier ist auch noch Iridium ach und hier guck mal da ist ja auch noch das nehmen wir jetzt erstmal alles mit so da oben vielleicht noch von da oben kommen wir ne da oben kommen wir was haben wir ja das müsste erstmal reichen zumindest für den Iridium Stab und ansonsten ist hier aber nichts ne ich glaube damit hätten wir dann alles also wir können auch wieder rausgehen machen äh uns den Iridium Stab bauen den Bohrer und setzen den hier rein und ich hoffe dass das genauso funktioniert wie wenn bei Aluminium fällt das wäre natürlich super toll wir das hinkriegen würden so jetzt natürlich ein bisschen duster hier ich denke soweit erstmal in Ordnung wo haben wir denn da Osmium einmal Superlegierung einmal Superlegierung zweimal Osmium glaube ich war das richtig zweimal Osmium Stab Aluminium und Titan Aluminium und Titan wo bist du da so dann hätten wir das dann wollen wir uns schnell den Stab und dann müssten wir eigentlich alles zusammen haben um den Bohrer zu bauen jawohl das heißt es geht zurück back to the boots oh Bildschirm Biomasse neuer Bauplaner Bildschirm Biomasse gucken wir uns gleich an ich will nur mal schauen und den bauen wir neben den neben unseren kleinen Unterschlupf so wie wir es auch im Aluminiumfeld gemacht haben ach ja genau dann müssen wir natürlich noch eins machen wir müssen noch einmal unser Aluminiumfeld abfarmen ja da das quasi das Aluminium mit rausnehmen wir nehmen hier noch das Material mit wir nehmen aus dem Bohrer noch das Material jetzt sortieren das mal ein bisschen ein ja und alles Überschüssige I don't know I don't know so ähm Boa es geht ja finde ich gut ist toll ähm soll ja auch cool aussehen ne wir machen es hier hin wir machen es hier hin sehr schön jawoll herrlich okay hier wird Aluminium hier das funktioniert es funktioniert ich hab achso guck mal das hab ich noch übrig naja das passt ja das ist ja in Ordnung so dann nehmen wir hier die Materialien noch mit die hier noch drin sind ähm das restliche Iridium lagern ja ein schnappen uns die Sachen die beim anderen Erzbohrer noch in der in der Kiste drin sind außer Magnesium äh Magnesium ist eine Sache die wir genüge gerade haben aber alles andere soll er mal extrahieren das ist auch gut so und ich glaube wir haben gleich die nächste Stufe erreicht ja es sieht so grün aus wie schon lange nicht mehr es ist ja quasi schon Rasen hier Leute guckt euch das an humzack wie cool haha nice ähm ach ja wir wollen da hin äh ja wir nehmen das mal mit ähm wir gucken hier mal packen das mal rüber nehmen wir von dem alles mit um Eisen oh geht nicht kein Platz mehr räumen wir mal eben alles weg holen den anderen Kram gehen nochmal zum Aluminiumfeld rüber und holen uns das denn da wird ja irgendwann der Bohrer auch mal voll sein so Eisen zack nee so zack alles rüber Kobalt war jetzt nicht viel ähm Titan ist dafür entsprechend viel und ähm Silizium entsprechend auch und Iridium so oder so äh einmal kurz Essen einpacken nochmal Wasser einpacken zack einmal Essen einpacken war hier hinten Nahrung ja äh Nahrung einmal das Essen dann verbrauchen wir das hier halt noch und oh ich glaube es ist soweit wir können unsere Auberginenzucht und auch unsere Kröbiszucht ist alles fertig das werden wir erstmal einlagern ähm die Auberginen gehen natürlich hier mit rüber hier mit rüber so dann hätten wir das schon mal wunderbar ähm runter eben noch kurz was einpacken hier Wasser brauchen wir natürlich nochmal Nahrung haben wir jetzt genug und ich denke jetzt geht es rüber zum Aluminiumfeld und wir können nochmal kurz gucken guck mal Moos Kräuter 2,421% es geht voran Leute es geht voran die ersten Kräuter wachsen nice ich bin begeistert so ähm was wollte ich denn jetzt noch genau Moos ist abgeschlossen äh genau Aluminiumfeld Aluminiumfeld Leute vielleicht sollten wir auch nochmal eine Pflanz eine Pflanzrakete zünden das wäre natürlich super cool wir haben jetzt noch kein Uranfeld gefunden ja ich weiß nicht ob es überhaupt ein Uranfeld gibt ich vermute mal nein jetzt holen wir uns erstmal das Aluminium ab und dann planen wir mal weiter ähm eine zweite Heizung wäre natürlich toll logischerweise aber ich will natürlich ein paar Allengeneratoren aufstellen also auf jeden Fall ist Aluminium dabei das ist schon mal cool ähm wir nehmen es mal drüber das heißt bei dem anderen wird wahrscheinlich auch nicht komplett äh Iridium dabei also Magnesium müssen wir ja mal zwischenlagern weil für das andere haben wir keinen Platz Tatsache ich nehme es mal mit 3 Aluminium ist jetzt nicht viel aber es ist immerhin was ähm und hier ist nicht mehr viel zu farmen das ist ja das andere und von daher gehen wir mal rüber ähm genau so wir schauen nochmal eben kurz auf das ist das Mikro überhaupt steht das überhaupt richtig oder ist ich bin ziemlich laut kann das sein oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott wenn das jetzt zu laut ist tut es mir echt leid ähm ich glaube das geht noch das funktioniert noch äh genau wir gucken jetzt gleich nochmal drauf wo wir denn am wenigsten Zuwachs haben und dann kümmern wir uns natürlich erst nochmal darum so ähm Eisen zack Kobalt zack äh Titan zack zack äh äh Magnesium ist voll ne ja Magnesium ist voll Superligierung können wir nicht Silizium zack ähm Aluminium blup zack so Superligierung ja Superligierung haben wir natürlich nichts mehr ich würde mal vorstellen damit wir was auf Vorrat haben ich will nochmal 5 Superligierung bauen äh damit wir wenigstens mal 6 drin haben nicht dass wir dann erst anfangen Superligierung gingen nochmal wie folgt ich glaube von jedem Material ein Teil Kobalt Eisen Magnesium Silizium Titan Aluminium also 5 mal Eisen 1 2 3 4 5 dann 5 mal Kobalt 1 2 3 4 5 dann 5 mal Titan 1 2 3 4 5 dann Magnesium 1 2 3 4 5 und ähm Silizium war das auch noch mal 1 2 3 4 5 ich nimm es einfach mal mit und Aluminium 1 2 3 4 5 das müsste es jetzt sein wenn wir mal 5 Superligierungen herstellen können ja so ist es auch 1 2 3 4 und 5 sehr schön wunderbar haben wir erst mal wieder sehr schön so weiter im Text äh ja ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall noch ja guck mal es sind schon fast 5% mit den Kräutern ich bin begeistert so lass uns mal kurz rauf gucken Biomasse sind wir bei 11,98 Tonnen ähm Wärme steigt gut Sauberstoff steigt gut der Luftdruck könnte noch ein bisschen mehr sein genauso Biomasse dann lass uns mal kurz schauen was wir denn machen können was uns den Luftdruck also ich glaube das waren immer noch die Bohr ich bin mir nicht 100% sicher ich glaube es waren immer noch die Bohrer Luftdruck 17 Sauerstoff das Sauerstoff und Pflanzen ist die Biokuppel guck mal Luftdruck Bohrer Stufe 4 ne damit könnten wir den Luftdruck noch erhöhen wollen wir noch mal gucken das war vielleicht zwei Bohrer der Stufe 4 bauen oh jetzt müssen wir mal rumreden Bohrer der Stufe 4 jetzt ist es echt übel das ist echt übel ähm der Stufe ist natürlich auch aber guck mal ich glaube mit dem da war es Sauerstoff und Pflanzen Sauerstoff und Pflanzen das wäre das aber da brauchen wir halt auch Superlegion für ne also vier Superlegion zwei Magnesium haben wir können wir bekommen wir Algen Generator mit einem Blumentopf äh Algen Generator Baumsamverteiler warum steht da 6,0 PPM achso PPM alles klar okay ja verstehe ich sagen wir das Wasserlebens okay das ist PPM und das ist PPB ist wahrscheinlich 0,77 PPM vermute ich jetzt mal wenn man das hier so so staffeliert also noch nicht mal ein PPM ich glaube bei 100 müsste es dann ein PPM sein glaube ich ich bin mir nicht sicher wir müssen das mal im Auge behalten ähm genau da ist Sonnenkollektor da müssen wir nochmal gucken weil ich glaube ich möchte da oben die Fläche dann mit den Sonnenkollektoren abheften ja genau wir haben Biomasse zeigt Informationen über die Biomasse ich weiß ja nicht ob das so sinnvoll ist 650 für die Saatstreurakete das ist natürlich auch gut verleiht einen globalen Generationsbundes durch die Verbreitung von Samen aus dem Weltraum sehr cool für Biomasse absolut genial da wo wir auch hin wollen aber nicht das was ich suche tatsächlich war die Frage ob wir einen Algen Generator Algen Generator Stufe 3 bekommen können theoretisch war das was Bio guck mal das ist das Baumsaatsteuer Nahrungszüchter Heizung T5 Bohrer T5 Insekten Verteilrakete nicht schlecht ja okay alles gut ich bin ja sofort Nein 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 Bienenstock Schmetterlingskuppel das sind alles Sachen No würde ich sagen No also werden wir uns auf die Algen Generatoren versetzen ich werde davon zwei Stück bauen wir werden davon zwei Stück bauen damit wir noch ein bisschen Biomasse erzeugen damit wir noch ein bisschen ich glaube Sauerstoff war es auch noch erzeugen ich denke das macht am meisten Sinn also was brauchen wir dafür viermal gut wir brauchen auf jeden Fall zweimal Dünger das sind Sachen da müssen wir uns jetzt mal eben drum kümmern zweimal Dünger es sei denn wir haben Dünger nein Dünger guck mal vier Auberginen zweimal Schwefel vier Auberginen müssen wir nach oben laufen dafür brauchen wir die Auberginen eins zwei drei vier nochmal kurz runter irgendwie hakt meine Maus hier ich bin ja schon wieder durch so lass uns da nochmal eben hin genau Dünger richtig und sechs Alben 1 2 3 4 5 6 genau so machen wir es jetzt so Dünger eins und ein zweites Mal dann brauchen wir vier von den eins zwei drei vier lasst nochmal kurz gucken ja haben wir da brauchen wir noch zwei Flaschen zwei Magnesium zwei Wasser zweimal Magnesium eins zwei zweimal Wasser das hatten wir glaube ich allerdings nein das war unten genau hier eins zwei drei für die Sicherheit und was hatten wir noch hier mal Superlegion gut dass wir es vorbereitet haben eins zwei drei vier sehr schön dann lasst uns raus letzte Amtshandlung in dieser Folge Reste dieser Folge und das ist auch schon alles zweier ne ja ich wir machen es uns schön gemütlich hier hab ich vor uns das hier schön gemütlich zu machen und zwar da einen hin und da einen sehr schön schaut mal Leute herrlich herrlich der Buden grünt ja wir kommen unserem Ziel immer näher finde ich sehr sehr toll okay damit hätten wir das jetzt ein bisschen gepusht und wir müssen weiter im Text natürlich ja das sieht sehr gut aus auch die Biomasse steigt da an der Stelle jetzt noch mal die Frage oder die Idee Pflanzrakete um das Ganze natürlich noch ein Stückchen hoch zu pushen was brauchen wir für die Pflanzrakete das wäre natürlich super Pflanzrakete auha Lirmersamen Baumrinde Dünger Raketenantrieb boah super das ist ein Ding das ist ein Ding aber ich glaube ich glaube es wird sich lohnen wenn wir das machen um das Ganze ein Stückchen nach vorne zu pushen also liebe Leute ich denke mit dieser wunderschönen Aussicht hier mit dieser wunderschönen Aussicht hier beende ich die Folge Leute mir hat es gefallen ich hoffe euch auch und wenn ja wenn ihr hier zum ersten Mal eingeschaltet habt dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen für alle anderen auch für euch gilt haut mir seid so nett haut mir ein Däumchen das Video das freut mich das freut den YouTube das bringt den Kanal weiter und ganz wichtig ist natürlich auch schreibt mir was unter das Video schreibt mir eure Kommentare unter das Video ich nehme das gerne auf ich versuche es gerne umzusetzen und mehr bleibt mir nicht zu sagen ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal ciao ciao